In diesem Video zeige ich euch vier Methoden, köstlichen Bärlauch zu konservieren. Wir fangen mit der ersten an, ein köstliches Bärlauchöl. Dafür habe ich die Bärlauchblätter gewaschen und getrocknet. Dabei habe ich sie an der Luft liegen lassen, immer mal wieder gewendet, von allen Seiten, damit das schön durchtrocknet. Und bei uns ist es tatsächlich sehr warm, ihr kennt das vielleicht aus meinen Sauerteig-Videos. Daher sehen die bei uns dann schnell lätschig aus. Also die sind frisch vom Markt. Bei uns ist es tatsächlich so, in der Nähe habe ich jetzt keine im Wald gefunden. Aber wir haben glücklicherweise einen gut sortierten Wochenmarkt. Und der Gemüsehändler hat die bei sich im Garten wachsen. Also ich habe mal gehört, angeblich wächst in Norddeutschland kein Bärlauch. Das ist natürlich totaler Quatsch. Den gibt es hier auch. Und falls ihr auch noch Bärlauch bei euch habt, habt ihr hier eine wunderbare Möglichkeit, diesen zu konservieren. Also saubere, getrocknete Blätter gehen in ein schönes Gefäß. Und da gebt ihr dann einfach Pflanzenöl hinein. Dabei ist es tatsächlich egal, welches ihr nehmt. Ich habe ein neutrales genommen. Zum Beispiel so ein Rapsöl oder ihr könnt auch Sonnenblumenöl verwenden. Es funktioniert aber auch tatsächlich mit Olivenöl. Jetzt haben wir hier aber die Herausforderung, wenn ich das jetzt so stehen lasse, gehen so ein paar Blättchen nach oben. Und das ist schlecht, denn dadurch kann sich Schimmel bilden. Weil ich kann die da in diesem Gefäß mit diesem schmalen Hals, das sieht zwar schön aus, aber ist ungünstig, wegen den anderen Bakterien. Deswegen fülle ich das in ein großhalsiges Gefäß um. Denn da kann ich später meine Glasgewichte drauf machen und kann dadurch die Kräuter dann unten halten. Damit auch wirklich während der Fermentationszeit, während das durchzieht, so für mindestens eine Woche lang auch nichts passieren. Also zur Demonstration hatte ich es jetzt da drin. Ich hole das mal alles wieder raus und gebe das da hinein. Die ganzen Rezept- und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, wenn ihr hier auf mehr klickt. Und natürlich habt ihr da auch nochmal das Equipment, was ich nutze und euch empfehlen kann. So, und diese Glasgefäße kennt ihr vielleicht schon. Diese Glasgewichte, die habe ich für meinen koreanischen Sirup, der fermentiert wird, genommen. Ihr könnt im Hintergrund das noch erkennen. Da sind noch drei mit Zitrone und noch einen mit Orange. Damit habe ich demnächst was Besonderes für euch vor. So, ich brauche dir jetzt zwei Gewichte, weil bei Kräutern ist es manchmal so, dass das eine Gewicht nicht ausreicht. Das klappt aber ganz wunderbar. Danach kann ich das hier zusammenbauen. Es eignen sich tatsächlich am besten solche Weggefäße, wo ihr so eine Gummilippe habt. Denn mögliche Kohlensäure, die aufsteigt, das habt ihr ja auch ganz normal, wenn ihr andere Sachen einkocht oder einlegt, da kann die Kohlensäure und die Gase da entweichen. Das ist immer ganz gut, damit da nichts irgendwie aufplatzt. So, Deckel drauf. Mindestens eine Woche dunkel stehen lassen. Ich habe das jetzt nicht in der Küche gelassen, sondern wir haben so einen Abstellraum, wo ein paar Vorräte sind. Und da kommt das dann rein. Und danach gießt ihr das ab. Aber so, dass keine Bestandteile von dem Bärlauch mehr in dem Öl sind. Und das geht am besten mit so einem Haarsieb. Vorsichtig die Gewichte damit rausnehmen. Nicht, dass die aufeinanderknallen und dann kaputt gehen. Das wollen wir nicht. So, aber das ist halt wirklich eine glipschige Angelegenheit. Deswegen bin ich da ganz vorsichtig. Ich nehme jetzt hier die Gewichte. Gott sei Dank haben die da oben hier so eine kleine Blume. Da kann man die ganz gut immer mit greifen. So, das Zweite. Die werde ich jetzt ganz normal eben mit heißem Wasser und Spüle reinigen und trocknen lassen. Dass der Bärlauch, den ihr jetzt hier verwendet habt, auf gar keinen Fall wegschmeißen. Der sieht jetzt gerade so ein bisschen aus wie diese asiatischen Algen, die Wacame. Kennt ihr das vielleicht? Es gibt so einen Wacame-Salat, schön mit Sesam. Also könntet ihr theoretisch auch dafür verwenden. Ich habe aber damit noch was anderes vor. Kommt nochmal in einem separaten Video. Und selbstverständlich könntet ihr auch statt Bärlauch alle anderen Kräuter oder vielleicht auch schöne Blüten verwenden, die ihr hier konservieren möchtet, wo ihr den Geschmack haben wollt in eurem Öl. Ich gebe jetzt hier meine geölten Bärlauchblätter erst einmal zur Konservierung in den Kühlschrank. Und das Öl, das geben wir jetzt in ein neues, sauberes Glas. Ganz wichtig. Und es darf halt wirklich kein Wasser irgendwo mehr da sein. Das würde das Öl verunreinigen. Also hier einmal abgießen. Ich habe das später nochmal mit so einem weißen Kreidemarker beschriftet, damit ich da auch nicht durcheinander komme. Hier ist das Rezept. So, und dann gehen wir schon zu der nächsten Konservierungsmethode über. Ich habe hier nochmal meinen Bärlauch. Den habe ich nochmal gewaschen. Der dürfte ein bisschen feucht sein. Hier seht ihr es. Also ich habe den diesmal nicht trocknen lassen. Deswegen sieht er auch noch so gut aus. Und ich habe mir wirklich eine ganz große Menge auf unserem Wochenmarkt geholt. Also ich bin mehrere Wochen hintereinander immer dort wieder hingegangen. Der hat wirklich super Qualität. So, noch ein bisschen Pfeffer hinzu. Und dann geht das Ganze hier zusammen eben in den Mixer. Wir stellen jetzt ein schönes Bärlauchsalz her. Dafür habe ich hier meinen Mixaufsatz in der Küchenmaschine. Die Zwiebel ist optional. Die müsst ihr nicht. Wir mögen das tatsächlich gerne würzig. Knoblauch wäre auch noch schön. Aber ich mache später noch eine schöne Kräuterbutter. Da haben wir das dann auch nochmal. Dann mixe ich das schon mal ein bisschen an. Gebe das Salz hinzu. Und auch hier stehen nochmal die Mengenangaben unten in der Beschreibung. Deckel drauf. Das würde auch zum Beispiel mit einem Zauberstab gehen, wenn ihr das hier macht. Und dann einfach schön pürieren. Und da dürfen die Blätter tatsächlich ein bisschen feucht sein. Das ist nicht schlimm. Denn das Bärlauchsalz, was wir jetzt gerade herstellen, wird später noch getrocknet. Das ist tatsächlich auf jeden Fall wichtig. Selbst nämlich, wenn die Blätter schon ein bisschen angetrocknet werden, ist da immer noch so viel Feuchtigkeit, dass ihr das nochmal durchtrocknen müsst. Und das könnt ihr auf verschiedene Arten machen. Das zeige ich euch gleich nochmal eben. Ich püriere das Ganze richtig schön durch. Und dafür ist dieser Mixer echt optimal geeignet. Alternativ geht zum Beispiel auch eine Gewürzmühle. Oder ihr könntet auch, falls ihr die nicht da habt frisch, kann man auch im Supermarkt oder so auf dem Wochenmarkt, kann man getrockneten Bärlauch kaufen. Das würde alternativ auch gehen. Ich finde das tatsächlich frisch selbst gemacht natürlich am besten. Und auch hier, wie mit dem Pflanzenöl, also mit dem Bärlauchöl mit Pflanzenöl, könnt ihr das auch austauschen. Vielleicht habt ihr schöne Blüten, die ihr konservieren möchtet, tolle Orangen, Zitronen und könnt daraus dann auch ein schönes Salz herstellen. Eignet sich zum Beispiel in diesen kleinen Weckgläsern auch wunderbar als Geschenk. So, ich verteile das Ganze jetzt hier auf meiner Backmatte. Nicht wundern, das sind meine hellen Backmatten. Ich habe die ja, dass ich die einmal in schwarz nutze und die helle Variante. Die verfärben sich aber mit der Zeit dunkel, sind aber immer noch richtig toll zum Nutzen. Und ich versuche jetzt das Salz, so gut es geht, einmal glatt zu streichen. Das könnt ihr am besten mit so einem Teigrührer oder mit der Teigkarte machen. Damit geht das am besten. Ich mache das dann aber so. Ich trockne das bei mir im Backofen bei 40 Grad Ober- und Unterhitze. Nee, stimmt gar nicht. Das schreibe ich euch nochmal unten dran. Es sind 50 Grad, Entschuldigung. Und ihr könnt es auch niedriger machen, aber dann dauert das natürlich länger. Alternativ könnt ihr es auch an der Luft stehen lassen. Falls ihr mal einen schönen Tag habt, dann eben irgendwas drüberlegen, dass da nichts hinkommt. Und so sollte das getrocknet dann aussehen. Ihr könnt es dann wieder in den Mixer geben oder ich mache das tatsächlich ganz gerne. Ich habe hier noch so einen Steinmörser, den finde ich ganz gut. Der wird dann hierfür eingesetzt. Ist auch wunderbar, wenn ihr irgendwelche Gewürze habt, die ihr frisch mörsern müsst. Eignet sich der wirklich optimal. Ich hatte mal früher so einen kleineren. Der war natürlich platzsparender und viel leichter, aber auch tatsächlich nicht so gut. Das Gewicht ist da einfach tatsächlich wichtig. So, und das mörser ich jetzt hier so gut es geht. Schön fein. Ich bin nun mal ein bisschen vorsichtig, weil ich das Ganze ja nicht hier durch die Gegend streuen möchte. Denn wenn wir schon so viel Arbeit hier investieren, dann soll das Ganze auch richtig schön werden. Ein bisschen draufschlagen. Da klappt das ganz gut mit. Hier so an den Seiten. So. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr das Salz so schnell wie möglich dann auch luftdicht verschließt. Denn Feuchtigkeit darf da natürlich nicht dran kommen. So, ich habe daraus zwei Chargen gemacht. Die erste kommt schon mal eben zur Seite. Ich habe die dann sicherheitshalber nochmal durchtrocknen lassen. Einfach für den Fall, dass ich das nicht ganz so gründlich gemacht habe, habe ich dann hier diese Blöckchen, die entstanden sind, nachdem ich sie gemörsert habe, dann nochmal ein bisschen im Ofen trocknen lassen. Das ist optional. Ich möchte nur wirklich auf Nummer sicher gehen, denn ich will ja wirklich lange was davon haben, wobei das Salz ja schon extrem konservierend ist. Und das Rezept, was ich euch hier mit zeige, mit dem Bärlauchöl, mit dem Bärlauchsalz, aber auch mit dem Pesto, was jetzt gleich noch kommt, da habe ich was ganz Köstliches für euch hier hergestellt. Ich bin schon gespannt, wie euch das schmeckt. Bei uns kam das richtig gut an und zwar auch von jungen Leuten, die eigentlich so mit den Kräutern nicht so viel am Hut haben. Also ich darf das tatsächlich in letzter Zeit häufiger nachbacken. So, hier ist jetzt die zweite Portion fertig. Das geht jetzt hier auf mein Backblech. Da habe ich jetzt die schwarze Backfolie drunter. Das verteile ich jetzt einfach so ein bisschen grob und lasse das nochmal nachgaren. Ich finde es übrigens ganz gut, ich habe da so ein paar grobe Flocken. Hier ist das Rezept und dann kommen wir auch direkt zum Pesto. Ich habe hier wieder Bärlauch gewaschen und getrocknet. Daher wieder lätschig. Diesmal möchte ich nicht, dass da Feuchtigkeit ist. Bei dem Salz war es nicht so schlimm, aber hier arbeiten wir wieder mit Öl. Es soll konserviert werden und damit ich da keine schlechten Mikroorganismen habe, die sich da vermehren. Auch hier ist es wichtig, den Bärlauch durchzutrocknen. Jetzt kommt da eine ordentliche Portion Salz hinzu. Dann habe ich hier Parmesan. Den können die Veganer unter euch natürlich auch weglassen oder mit den Alternativen einfach hinzufügen. Und dann gebe ich hier gutes Öl noch eben hinzu. Da habe ich tatsächlich Olivenöl. Dann habe ich hier Kürbiskerne. Normalerweise gehen da ja Pinienkerne rein. Ich habe hier Kürbiskerne in der Pfanne kurz angerüstet, damit die schön braun werden. Und dann geht das Ganze ab in den Mixer. Ja, so, würde auch in den Mörser gehen, aber guckt mal hier, zack, noch einmal. Ja, jetzt sieht das schon besser aus. Also, das Parmesanstück ist gar kein Problem. Das hat ordentlich Wumms. Und ich finde tatsächlich, mit den Kürbiskernen hat das nochmal so eine ganz andere Note. Und ich versuche das auch immer zu variieren. Manchmal mache ich Sonnenblumenkerne hinein, manchmal Pinienkerne. Also, seid da kreativ. Und was ich euch empfehlen kann, ist immer die Nüsse vorher anzurüsten. Dann habt ihr nochmal einen besonderen Geschmack. Macht ihr das nicht, ist das nicht schlimm. Aber dann habt ihr nochmal so eine besondere Note. Den Rand mache ich nochmal eben hier sauber. Das könnt ihr ganz einfach mit dem Teigrührer machen. Dieser war jetzt hier bei mir bei meiner Küchenmaschine mit dabei. Geht selbstverständlich auch mit jedem anderen, den ihr zu Hause habt. Und dann mixe ich das noch einmal ganz kurz schön fein. Es darf aber auch ein bisschen stückig sein. Also, da so, wie ihr das gerne mögt. Und auch hier ist das der Fall. Wenn ihr nicht Bärlauch nehmt, könnt ihr jedes andere Kraut auch verwenden. Petersilie oder das tatsächlich sonst altbewährte Basilikum, Gierschget. Also, alle Kräuter, ihr könnt auch eine schöne Kräutermischung machen. Oder auch zum Beispiel von den Karotten das Karottengrün verwenden. Klappt in jedem Fall und bringt auf jeden Fall Abwechslung auf den Tisch. So, ich habe jetzt hier ein Glas von der kleinen Gewürzmühle. Da passt das genau rein. So, und ihr könnt das sehen, bei mir ist es noch ein ganz kleines bisschen stückig. Einfach durch den Parmesan. Das finde ich aber ganz gut so, denn dann hat man auch noch mal ein bisschen was zu beißen. So, und was mache ich damit jetzt? Mit dem Bärlauchöl, dem Bärlauchsalz und mit diesem selbst hergestellten Bärlauchpesto habe ich ein ganz wunderbares Focaccia für euch gezaubert. Und ich habe euch schon einige Rezepte gezeigt, aber ich arbeite daran, die Flüssigkeitsmenge sukzessive, also stückchenweise zu erhöhen. Und wir sind bei meinem neuen Rezept tatsächlich bei sage und schreibe auf ein Kilo Pizzamehl mit 850 Milliliter Flüssigkeit. Und so langsam wird es wirklich eine Herausforderung, weil es nicht nur Hefewasser ist in dem Teig, der den Teig weicher macht, sondern auch noch mal Lievito Matre. Also, lasst euch überraschen, kommt zum Schluss auch noch mal verlinkt. Ich gebe ein wenig Öl obendrauf, einfach zum Schutz und dann kann das Ganze ab in den Kühlschrank wandern. Hier ist noch mal eben das Rezept. So, und dann können wir schon mit dem letzten Rezept starten. Last but not least, ich habe hier noch mal frischen Bärlauch. Der ist jetzt hier gewaschen. Ich habe ihn nicht ganz durchtrocknen lassen, nur so ein bisschen. So, und heute oder in diesem Rezept gibt es jetzt eine wunderbare Bärlauchbutter. Und die ist so lecker. Ich gebe dazu noch mal eben wirklich so eine schöne große Zwiebel. Die zerkleinere ich jetzt hier einfach nur grob. Dann ist das ein bisschen einfacher für den Mixer. Gebe eine ordentliche Portion Salz hinzu. Ihr könnt auch die halbe Menge nehmen. Da wir das meistens auf ungesalzenem Gebäck drauf machen, finde ich das tatsächlich schöner. Aber manche mögen das nicht so würzig und da dann ruhig ein bisschen weniger nehmen. So, das Ganze mixe ich dann schon mal ein bisschen an. Ihr könntet auch theoretisch die Butter direkt mit hinzugeben. Jetzt ist es schon klein genug. Jetzt kommt die Butter hinzu. Die hat bei uns ungefähr Zimmertemperatur. Das geht recht flott. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch noch mal Knoblauch mit hinzugeben. Da der Bärlauch ja aber schon den Knoblauchgeschmack hat, braucht ihr das nicht. Aber vielleicht ersetzt ihr auch hier das Rezept mit dem Bärlauch, das ihr etwas anderes verwendet. So wie in den vorherigen Rezepten könnt ihr auch hier alles damit austauschen. Und schaut mal, wie schnell das Ganze fertig ist. Das hat eine ganz, ganz tolle Farbe. Guckt euch das mal an. Also wir sind sehr begeistert. Wenn ihr das länger konservieren möchtet, die Bärlauchbutter, die ist ein bisschen im Kühlschrank haltbar. Aber wenn das länger sein soll, dann würde ich das tatsächlich in so einen kleinen Eiswürfelbehälter einfrieren. Dann habt ihr tatsächlich mindestens sechs Monate etwas davon. Wenn nicht sogar ein bisschen länger, aber mindestens sechs Monate. Bei uns geht das Ganze jetzt in den Kühlschrank und ich werde ein schönes Kräuterbaguett damit machen. Und hier sind noch ein paar weitere Videos für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und Nachmachen. Und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma